Guten Tag, wir von Terre des Hommes Schweiz sind heute auf dem Limmatplatz, um Passanten zu fragen, was sie davon halten, dass in Schweizer Supermärkten Produkte aus Konfliktregionen wie Westsahara angeboten werden. Bevor es soweit ist, müssen wir erst noch schnell aufbauen. Was sagen Sie dazu, dass Produkte aus Westsahara, speziell Melonen aus Westsahara, in Schweizer Supermärkten angeboten werden? Da halte ich gar nichts davon. Ich finde es eigentlich nicht so gut, insbesondere weil ich es verstanden habe, dass sie davon wissen. Und das Migros sagt seit immer, sie sind stolz auf ihre soziale Aktivität und so was. Absolut war mir das nicht bewusst, nein. Jetzt wo Sie informiert werden, woher die Produkte kommen, würden Sie auch solche Produkte weiterhin kaufen? Ich würde definitiv keine Produkte aus Konfliktregionen kaufen. Also alle Gemüse, Früchte und so weiter, die aus solchen Regionen kommen, würde ich nicht passen. Nein, selbstverständlich nicht. Ich glaube, es wäre mega gut, wenn es einfach so eine Information immer gerade hätte. Aber das ist das Problem, man ist als Kunden nicht so gut informiert. Und es wäre mega wichtig, dass man so Sachen... Ich bin überzeugt, dass gar niemand so etwas kaufen würde, weil das ist ja grundfalsch. Wir von Terdesom Schweiz haben jetzt einige Stunden am Limmatplatz darüber informiert, dass Melonen aus Westsahara, also aus einem Konfliktgebiet, importiert werden. Und wir hoffen durch die Aktion sehr, dass Produkte und in speziellen Melonen aus Westsahara nicht mehr in Schweizer Supermärkten angeboten werden. Danke. Wenn auch du den Verkauf von Melonen aus der Westsahara ablehnst, dann schreibe einen Brief an Migros und Denner. Ein Online-Formular findest du unter terdesom-schweiz.ch Bittere Melonen